So, Leute, ich drücke jetzt schon mal auf F10, weil wir wollen jetzt Generals spielen. Okay, also ich warte auf den Game. Ja, ich komme jetzt rein. Ich spüre jetzt 1-0, es ist krass, I know, das Leben ist geil. Codierung hatte Richtprobleme. Ich habe 55,08 FPS. Okay, Leute, es gibt das Rematch. Matchball. Die Mausgeschwindigkeit ist doch normal gewesen, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Okay, ich habe keinen Ton. Doch, habe ich. Gott sei Dank. Okay. EA war einfach stumm. Doch, das sieht alles gut aus hier. So, Aussehen finde ich auch gut bisher. Zoom wäre genauso wie Strongout gewesen, Leute. Das wäre dasselbe in Grün. Okay, dann geh mal rein, du. Okay. Okay, Leute, das Rematch. Achso, Aufnahmen starten. So, Leute, hier im Stream gab es so einen kleinen Downer, weil wir die PCs einfach beide versagt haben, weil ich versucht, dieses Spiel irgendwie zu machen. Es wird jetzt noch eine Runde geben. Motion Sickness Incoming Boys Matchball für Maxim. Und zwar richtiger Matchball, wenn er jetzt die Runde holt, ist er der RTS Champion bis zur nächsten Olympiade. Und darf ein Video auf meinen Zweitkanal hochladen. Ich peitsche dich einfach raus damit. Das lässt es aber nicht hoch. Und jetzt drück Start. Du bleibst aber Infanterie-General. Ist ja nicht ein bisschen schwach. Halt dein Maul und drück Start. Na gut. Na gut. Der fühlt mich ein bisschen schwach. So. Was hast du geändert? Ich habe mich positioniert. Hey, du wolltest doch nicht. Das werde ich hier so auf Cheaten Mieten machen. Aber nicht mit mir. Okay, Leute. Der Test. Wir leben. I will do what I must. Okay, Leute. Ja, es kann sein, dass ihr beim Zuschauen Krankheiten bekommt. Aber beim Spielen ist es tatsächlich mal gewürzt. Es sei denn, du musst Hubschrauber navigieren. Äh, Hubschrauber, Flugzeuge. Hubschrauber. Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz. Dann ist kurzfristig Komplettzensur im Hören. Das kann nämlich kein Gehirn der Welt umsetzen, was da passiert. Umsetzen. Schwumm-Benson. I will try to hurry. Oh, Gott, das war so. Kann man hier arbeitslose Arbeiter? Nee, nee. Das ist leider illegal. The higher order shall reign. Sage ich das so richtig? Keine Ahnung, du bist der Freak in den Game. I'm just a peasant. Wer kenne ich arbeitslose Arbeiter? Ist der eine Taktik? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. I'm hungry. I'm hungry. Can I have some shoes? Man darf nicht ans Wasser kommen. Wasser ist Lava. Wasser ist Lava, guys. Es gab doch hier irgendeine Taste. Das ist einfach so gefährlich. Ich habe einen Radar gebaut. Dann kannst du auf dein Radar jetzt mal gucken, wo du stirbst. Ach ja, weil die erkennen halt nicht die Attack-Moves. Das ist das Problem, nicht, dass du einfach scheiße bist. Nee. Bin ja wirklich cool. Her ist dann Absolut. Now ist es gut. meanings ist es... Oh nein, okay. Ich mache einen Kontakt. Ich will work... Würdest du zu spielen? Würdest du versuchen das etwasetzen? Was ich noch passoern? Nein. Es ist zu groß! Es ist zu groß! Uns ist das zu verzichten! Du bist der Bestand es will zerstören den ennumien. Das ist gut. Ist es ein Bait? Ist es ein Bait? Ich bin fertig mit dem Bild. Und ich habe einige Schuhe. Wenn das ist, was du willst. Geh uns in die Glückwunsch. Geh uns in die Glückwunsch. Lass uns sehen, was sie da sind. Ich bin froh. Es gibt nicht genug Raum für dieses Bild. 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 Ich bin einfach in dieser kleine Zone. Okay, okay, ich werde arbeiten. Nein, nein, nein. Wir werden ihn benutzen, um sie zu retten. Ich werde arbeiten. Nein, mich nicht zu retten. Dieser Hammer ist schwer. Ich werde arbeiten. Mein Tank ist schwer. Komm her. Der höheren Ordner shall reign. 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 Wir werden guardian. Wir werden mit Rhodes ignorieren. Wir haben einfach Gigerlust hier. Du bist eigentlich lust? Was machst du denn? Was machst du denn? Was bin ich denn? Das kann doch nicht sein. So. Hallo. Was geht, my friend? Kommt auch eher über die Masse als über Klasse, ne? Ja, ich kriege halt legit Sachen. Nein, Mann! Ich will links klicken! Links klicken, silly guy. Skorpion Rocket installed, Sir. Oh, okay, okay, I will work. Kämpfen also wie im rechten Leben, nur mit dem Öl. Du weißt, wie es ist. So. Oh. Es ist halt doch noch Geschäft. Okay, ich muss halt echt mir Sachen angewöhnen, die mich ultra tilten. Ich muss die Sachen abgewöhnen, weil sie dich ultra tilten. Nee. So. I will do my death, Skorpion ready to sing. As you request, as you request. I will do this. I will do this. I will do this. Was machst du da? Oh, ich hab nicht gesehen... Es gibt gerade richtig viel Generalpunkte bekommen dadurch. Hä, warum... Warum macht der Bunker alles tot? What the fuck? Ja, das sind Säurebunkers. Okay, sowas kannte ich nicht. Das ist ja das Gast Ding. Ja. Das ist ja dumm. Also, der ist cool, aber auch dumm. Die sind dumm, ja. Ein bisschen lustig auch. So. Okay, I will work. I will do my death. This is good. Noch ein bisschen lustig. Yes, I understand. Very well. Yes, that is what you want. Skorpion ready to sing. Do not hurt me. A warrior has fallen. Yes, I understand. Also, Flugeinheit, ne? Das ist ja so richtig... Richtig schwanzlos. Schwanzlos? Ja. Darüber kann man diskutieren, ne? Nein, nein, nein. There is no discussion about death. So. Okay. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das... Wie man das natürlich hier gleich löst, aber... Ich seh da noch nicht so die... ...lösung für mich. Gibt da so ein paar Lösungen. Surrender! Your country. Hey, hey, hey. So weit könnt ihr gar nicht schießen. Das geht... What? Ja, das ist ein One-Shot. Ach so. Ach so! Ja, du kannst das Gebäude nicht besetzen gegen mich. Also du kannst es schon. Also es ist halt ultra... Das ist ja leider nur die... ...Primierquelle von... ...meiner Unit. Deswegen ist das gar kein Problem. Ist ja das ganz relaxed. Hätte ich noch eine andere Ziff spielen könnte, wäre das wahrscheinlich jetzt so der Moment, wo man es picken sollte, na? Hätte ich auch von dir erwartet. Wie machst du das jetzt? Okay. Ich gucke da einfach nicht gut aus. Ich habe keinen Bock mehr darum zu kämpfen. Ja, das geht mir auch so darum. Du kapst uns also einfach mal das Öl. Ja, kein Bock mehr. Step on the gas. Das ist halt so dumm. Das ist auch cool, aber in erster Linie ist es dann. Es ist halt wirklich dumm. Aber irgendwie witzig. Hey, hey, hey. Alter, ich habe ja überhaupt kein Counterplay. Soll ich dagegen machen? So, du rennst rein, raus. Ja, das ist halt GBA, Alter. Das ist GBA. Ich kenne das Spiel nicht gut genug. Das ist halt GBA. Es ist vor allem GBA-Säure gegen Infanterie. Ja, gut. Du kannst aber, wie gesagt, was anderes picken. Kann ich nicht. Sag doch gar nicht. Dafür, dass du dich bei Crusader so darüber abfackst, dass es kein Schäsch der Papier gibt? Doch, doch. Hier ist das halt auf jeden Fall drin, glaube ich. Ja, aber halt nicht bei jeder Ziff gegen jeder Ziff. Da wird es halt irgendwann ein bisschen dünn. So. Ja, jetzt ist quasi auch vorbei. Jetzt habe ich die Generaldingsbums bekommen. Ich habe quasi drei verschiedene Panzerbasen und alle produzieren durchgehend drei verschiedene Einheiten. alle sind verseucht. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Wir müssen sich halt erst mal sammeln, ey. Das ist halt... Ohne Sammeln ist halt GG. So. Okay. Das wäre jetzt ein bisschen strange für dir. Ja. Ja. So viel Schaden machen wir gar nicht. Ist doch nicht nein zu Free Money, ne? Du. Ich krieg Free Money. Ja, du kriegst wirklich Money dafür, ne? Ja. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Now use our Skystore. Launching Skystore. Ask. Ach. Ja, gut. Very well. This is good. I will do this. Ready. This people will not be mocked. Our warrior has fallen. Der Schmerz kommt von oben. So den Ausscheiden ist irgendwie witzig. Ja, ich dachte auch, dass es vielleicht noch eine Lösung sein kann, aber... Dann sind die Einheiten halt ultra krass verseucht. Ich meine, es ist halt einfach nur ein Traktor, ne? Ein Traktor voller Giftgas und alles, was rauskommt, ist instant tot. Ja, gut, ne? Das... Wäre natürlich... ... etwas spektakulärer gegangen. Die Mix machen halt echt, echt Arbeit, ne? Aber ich jetzt echt nicht... Weil du hast halt da... Ich brauch halt vier Gebäude, um vier verschiedene Einheiten zu spenden. Jo. Ja, ich hab halt die ganze Zeit 12.000 oder so, aber ich krieg's halt nicht... nicht umgesetzt. Ja. Ja. Ich dachte mir von Anfang an, dass das Warcraft 3 quasi der Kingsmaker wird. Hm. Ich denke, das ist auch die richtige Herangehensweise gewesen. Aber so... surrender ich es rein. Ich sag jetzt mal... Ich sag jetzt mal... Ich sag jetzt mal... Der Beste hätte vielleicht nicht das Counter-Match-Up gebraucht, aber... Aber er hat es genommen. Er hat es genommen. Und ich meine, das ist ja auch ein Skill, ne? Ist ein Skill. Ich meine, die Verschiedene zu können ist ja auch... Menschen zu sehen und Gift zu wählen. Das ist es. Traktoren sind nicht nur wichtig für die Agrarwirtschaft.